Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer oben zur späten Stunde auf der Zuschauertribüne, wir befassen uns hier gleich mit zwei Anträgen der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, die zwar nicht den gleichen Inhalt, aber doch einiges gemeinsam haben. Alle Verbraucher werden von Ihnen mal wieder über einen Kamm geschoren, wie kleine Kinder behandelt und bevormundet, und Anbieter von digitalen Dienst- und Serviceleistungen sind Ihrer Auffassung nach alle kriminell, müssen reglementiert werden, kontrolliert und sanktioniert. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, lassen Sie mich Ihnen drei Dinge sagen. Erstens, ja, die nehme ich von Ihnen gerne. Erstens, die Verbraucher, die Sie hier ansprechen, sind erwachsene Menschen. Zweitens, die Welt ist nun mal nicht schwarz-weiß. Drittens, auch Sie werden die neuen Märkte, die sich uns durch die digitale Welt bieten, nun mal nicht aufhalten können. Aber nun zur Sache. Antrag 1. Sie möchten, dass sich die Nutzungsrechte von käuflich erworbenen digitalen Gütern, also zum Beispiel, wie Sie schon sagen, E-Books, nicht von denen unterscheiden, die in gebundener Formen, also analog vorliegen. Auf den ersten Blick ja eine gute Idee. Allerdings würden wir mit einer vollständigen Gleichstellung digitaler und analoger Güter Urheberrechte entwerten und bestehende Lizenzsysteme außer Kraft setzen. Denn digitale Güter können nun mal völlig ohne Qualitätsverlust in unendlicher Zahl kopiert werden. Schon allein hieran wird deutlich, dass digitale Waren eben nicht mit analogen gleichzusetzen sind. Und wie wollen Sie es technisch umsetzen? Wie wollen bitte, wollen Sie es technisch umsetzen, dass bei der Weitergabe zum Beispiel eines E-Books keine Kopie zurückgehalten wird? Im Übrigen fordern Sie an einer anderen Stelle ausdrücklich, dass Privatkopien angelegt werden dürfen. Damit wir wissen, worüber wir überhaupt beraten sollen, Frau Künast, wäre es schön zu wissen, wenn Sie uns mitteilen, was genau Sie jetzt eigentlich wollen. Antrag 2. Inhaltlich anders, aber eben doch das gleiche Prinzip. Die Anbieter von Online-Vergleichsportalen und Buchungsportalen haben nach ihrer Auffassung ein und dasselbe Ziel, nämlich die Verbraucher über den Tisch zu ziehen. Aber auch das kann ich so nicht stehen lassen. Allerdings, ja, es ist korrekt, dass immer mehr Verbraucher diese Vergleichsportale nutzen. Ja, es ist korrekt, dass bei vielen Vergleichsportalen nicht der gesamte Markt abgebildet wird. Und ja, es ist korrekt, dass die Betreiber von Vergleichsportalen ihre Waren und Dienstleistungen eben auch verkaufen wollen. Aber es entspricht eben auch der Realität, dass die Verbraucher bei der Nutzung von Vergleichsportalen nur eine Orientierung wollen und gar keinen Anspruch erheben, den vollständigen Markt abgebildet zu bekommen. Und ich habe letzt, Frau Künast, hören Sie mir doch, wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich bitte, die beantworte ich gerne. Und letzte Woche habe ich erst mit der Verbraucherschutzzentrale gesprochen und die haben mir bestätigt, dass die Nutzer erwarten, ja, sie erwarten regelrecht über diese Portale angebotene Waren und Dienstleistungen auch käuflich erwärmen zu können. Sie wollen außerdem, dass derlei Portale genau auflisten müssen. Da haben Sie ja schon gesagt, wie und wie viel Sie bei Ihrem Service verdienen. Sie wollen die Anbieter gesetzlich verpflichten, alle Angebote tagesaktuell aufzulisten. Wenn wir Ihre Forderungen wirklich umsetzen wollen, wie bitte wollen wir denn das ernsthaft kontrollieren? Gerade aus Ihren Reihen habe ich letzte Woche Freitag den Begriff Bürokratiemonster extrem oft gehört. Dieser Begriff trifft Ihre Anträge ja besser als irgendetwas anderes. Die Europäische Union hat bereits im letzten Jahr gemeinsam mit den Anbietern von Vergleichsportalen und dem Verbraucherfreundliche und Verbraucherschützende Prinzipien für diese Branche zu erarbeiten und diese nur noch anzuwenden. Diese Leitlinien beinhalten unter anderem das, wie Sie schon gefordert haben, Vergleiche objektiv durchgeführt werden müssen, Geschäftsmodelle deutlich gemacht und Werbebanner als solche gekennzeichnet werden. Diese Prinzipien fließen in das Gesetz gegen unleuteren Wettbewerb ein. Meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Wir als Union werden Ihre Anträge ablehnen, weil sie weit darüber hinausgehen, was wir unter Verbraucherschutz verstehen. Wir sind der Überzeugung, dass Menschen zu selbstbestimmten Entscheidungen durchaus fähig sind. Wir trauen ihnen etwas zu, ohne sie allein zu lassen. Das, meine Damen und Herren, verstehen wir Christdemokraten unter verantwortungsvollem Verbraucherschutz. Lassen Sie mich bitte eines zum Schluss sagen. Spätestens Sie müssten seit letzter Woche Sonntag, liebe Kollegen von Bündnis 90 die Grünen, Sie müssten seit letztem Sonntag eigentlich wissen, dass allein die Fähigkeit, wechselseitig die Schilder dagegen und verbieten hochzuhalten, nicht ausreicht, um Verantwortung für unser Land und unsere Menschen zu übernehmen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Dr. Petra Sitte für die Fraktion Die Linke.